Musik Hey Leute, was geht? Ich bin einfach für euch zu einem neuen Video! Ja Leute, wir spielen heute wieder eine richtig coole App, seid ihr auf jeden Fall am Start? Okay, guckt mal jetzt links, Leute. Ihr seht, dass ich bin wieder ein Stickman. Das ist wieder so ein Stickman-Simulator-Video. Und wenn ich die jetzt bewege, dann schaut euch das jetzt an. Guckt mal, oh, ich muss die aufsammeln. Wenn ich die alle aufsammle, dann wachse ich. Guckt mal, jetzt sammle ich alle gelben auf. Perfekt, perfekt. Jetzt ändere ich wieder die Farbe, jetzt muss ich alle orange mitnehmen. Und gleich muss ich vorne gegen diesen Typen da kämpfen. Oh, Leute, das ist so gefährlich. Komm her, zack, zack, zack. Ich muss richtig schnell klicken. Komm, mach den fertiger Bup, Bup. Nein, oh, ich dachte, ich verliere. Aber ich habe ihn besiegt. Und viele Punkte kriege ich hier mal 3,8 sogar. Nice, nice. Wir haben gerade die Münzen mal in zwei genommen. Perfekt. Und wir können da jetzt upgraden. Guckt mal, für 50, was ist das? Ich sage jetzt einfach mal Gems, glaube ich. Können wir so einen Kick kaufen? Und für 100, was ist das? Mal 5, ich kaufe mal einfach beides. So, mal gucken, was wir jetzt machen können. Vielleicht können wir gleich stärker kämpfen oder so. So, jetzt müssen wir die Gelme aufsammeln. Was passiert beim Grün? Oh, dann werden wir eins kleiner. Okay, das wusste ich nicht. So, dann sammeln wir alle auf. So, wir sind gerade riesengroß. Mal gucken, ob wir jetzt gleich zum... Oh, schnell die Grünen. Ich darf nicht die Orangene nehmen. Mal gucken, wie... Oha, das sind wieder ganz viele Gems. Alle aufsammeln, alle aufsammeln. Und jetzt müssen wir kämpfen, Leute. Ganz schnell klicken, glaube ich. Zack, 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 zack. Bum, 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 bum. Muss das rot werden oder ist das schlecht? Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir haben ihn wieder besiegt und kriegen wieder mal 3,8 Gems. Okay, nice, Leute. Jetzt können wir wieder upgraden. Dann gucken wir, wie viel Geld wir da oben wieder haben. Wieder 240. Das bedeutet, wir können wieder krass shoppen gehen. Richtig gut, Mann. So, upgraden wir mal hier. Zack, zack. Oha, 65 können wir noch. Dann machen wir das schon. Level 4 sind wir jetzt sogar, glaube ich, und Level 3. Komm, müssen wir es wieder erschaffen. Hey, komm jetzt zur Wand. Was soll ich machen? Oha, ich kick die einfach weg. Okay, jetzt Gelme mitsammeln. Hier, let's go. Ich sammle alle auf, sammle auf. Oha, ich habe jetzt schon die Krone. Richtig gut. So, nehmen wir alle Orangenen hin. Da ist ein Schlüssel. Was bringt der Schlüssel? Hä? Egal. Gleich müssen wir wieder kämpfen, Leute. Ich bin bereit. Um den Gegner fertig zu... Oha, ich bin da viel größer als der. Guckt euch das an. Zack, zack, zack. Und hab ihn besiegt. Nice. Wie weit fliegt der bitte? Oha, das ist mal viel weiter geflogen. 4,4. Heftig. Jetzt kriegen wir viel mehr Geld, Leute. 174 haben wir... Ah, dafür haben wir die Schlüssel. Jetzt können wir Kisten aufmachen. Wie cool ist das denn? Leute, welche Kisten sollen wir nehmen? Ich würde sagen, oben links. So, nehmen wir die einmal. Was kriegen wir da? Oha, 140 Gems. Nice. So, dann würde ich doch sagen, die hier unten vielleicht. Oh, 150. Die waren dann noch besser. Und zum Schluss, welche soll ich noch nehmen? Ich würde sagen, einfach die hier oben. Und... Wie viel... Hä? Was ist das? Das ist Best Price. Aber was bringt das? Hä? Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich die jetzt aufziehen oder was? Das bringt die mir. Hehehe, ich verstehe es nicht. Ah, Leute, ich hab die jetzt an. Aber Weihnachten ist noch schon längst vorbei. Ah, wir sehen hier gerade noch den Shop. Hier ist irgendwie alles noch gesperrt. Okay. Vielleicht können wir das später upgraden. Aber ich würde sagen, wir machen hier die Reichweite erstmal höher. Dann können wir sogar zweimal hier einkaufen. Und jetzt noch die Kicks hier zweimal einkaufen. Und zack. Jetzt wird, glaube ich, richtig krass. So, alle grün mitnehmen. Hä? Wie schwer ist das denn? Oha, da habe ich gerade Minus gemacht. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer wird. So, jetzt sind wir gelb. Nehmen wir auch alle mit. Komm, Leute. Ich will hier diesmal... Nein, nein, nein. Was verlache ich? Manchmal wird das viel zu schnell. Was passiert da? Guck mal, da lebt sich so ein Feuer auf. Was passiert, wenn das Feuer da voll geht? Dann werden wir, glaube ich, dieses Level nicht mehr schaffen. Mal gucken, ob wir es zum nächsten schaffen. Nochmal, komm her. Ich muss ihn wieder fertig machen. Oha, das sieht diesmal richtig OP aus. Können wir den besiegeln? Komm schon, komm schon. Boah, das ist zwar diesmal richtig knapp. Das war sowas von knapp. So, wie viel Geld kriegen wir? Ich glaube, diesmal richtig gut ist. So, claim. Was bekomme ich hier so? Oha, wieder 200. Und ein Hut. Den haben wir jetzt alle gezogen. Guckt euch den mal. Und ich würde sagen, den Kick machen wir wieder stärker. Weil ich merke gerade, wir werden voll schwach gegen die Gegner. Wir haben gerade richtig knapp gewonnen. So, komm, ich will dieses Feuer diesmal voll kriegen. Bitte. Ich will wissen, was da passiert. Nein. Komm schon, ich darf keinen Fehler hier machen. Da ist ein Gelber, da ist ein Gelber. Was habt ihr denn bekommen? Oha, das war richtig gut von mir. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte. Nein. Ich muss erst ein Feuer voll kriegen. Oha. Oha, jetzt bin ich ein Regenbogen geworden, oder was? Heftig. Als ob habt ihr es gerade gesehen. Was passiert, als wenn das Feuer voll geht? Und jetzt mache ich den fertig. Guck mal, wie stark meine Kids sind. Eben hatten wir viel weniger Leben. Aber jetzt waren wir richtig gut dabei. Oha, zum Watt haben wir auch noch getroffen. Nice. Jetzt kriegen wir sogar gleich einen Polizeihut. Alter, Leute, wir sind ja richtig gut in dem Spiel. Boah, guck mal, wie groß ich jetzt schon am Anfang bin. Man sieht mich ja kaum. Warte mal, ich upgrade mal erstmal nur die Schläge. Und jetzt noch hier die Reichweite. Und jetzt hier die Gems alle mitnehmen. Hä? Nächstes mal keine Skins mehr, oder was? Hä? Was geht jetzt ab, Leute? Muss ich jetzt nicht mehr größer werden? Ich verstehe das nicht. Das sind einfach nur Gems. Das ist einfach so ein Gem-Level, oder was? Damit ich hier ganz viele mitsammeln kann. Wer mitnehmen kann, weil ich... So. Komm. Oha, wir sind wieder Regenbogen geworden. Hä? Was war das für ein Level? Hier machen wir einfach nur eine Kiste auf, oder wie? Ach, die Kiste müssen wir aufboxen. Ah. Komm schon. Mal 12 haben wir bekommen. Oha, Alter. Dann wären wir jetzt richtig reich, oder? Oha, wir nehmen jetzt 1800 Gems mit fast 2000. Alter, Leute. Es läuft gerade so gut. Ich glaube es nicht. Ich würde sagen, unten rechts sind wir die Kiste. 130 ist, glaube ich, nicht so gut. 120. Und hier oben? 150. Das Allermeste. Alter, Leute. Ich bin echt gespannt, wie die nächsten Level aussehen. Aber wir können jetzt richtig krass im Shop einkaufen. Guck mal, wie viel Geld wir haben. Kauf hier erstmal schön ein. So. Klicke ein bisschen rum. Alter, ich kann hier ohne Probleme drücken. So, jetzt sind wir schon Level 16 mit dem Kick her. Äh, vom Kick her. So, mal gucken. Oh, jetzt sind wir wieder klein. Wir müssen schon alle mitnehmen, damit wir groß werden. So, was ist das hier? Haben wir geschafft. Kein Problem. Kein Hinternis für mich. So. Da oben sind Gems. Die holen wir uns natürlich. Nehmen wir alle mit. Oh, Leute. Unten ist Lama. Was passiert, wenn man da reinfällt? Egal. Komm, wir gehen hier durch. Jetzt werden wir orange. Nehmen wir auch alle mit hier. Jetzt werden wir gelb. So. Oh, jetzt ist der Regenbogen. Jetzt können wir alle mitnehmen. Das ist das krasse an Regenbogen. Das wusste ich eben nicht. So, und jetzt kämpfen. Komm her. Ich muss den Richtigstein fertig machen. Komm, volle Energie. Und zack. Wir haben mehr als die Hälfte Leben. Richtig gut. Oh, zack. Durch die Wand. Wir haben ihn richtig fertig gemacht. Oha. Und jetzt kriegen wir einen Polizeihut. Richtig cool. Den will ich anziehen. Sind wir der beste Polizist ever? Oh nein. Da muss man für ein Video gucken. Nein. Ich höre wieder nicht aus. Oh Mann. Den muss ich den weggeben. Schade. Egal. Wir können mal hier wieder ein bisschen upgraden. So. Und jetzt machen wir das nächste Level. Ich bin gespannt. Die Level waren bis jetzt richtig heftig. Bin gespannt, was uns noch erwarten wird hier. Dann kommen wir in die Wand. Die kickt mir weg. Zack. Oha. Links steht, wie viele wir schon aufgesammelt haben. Wir haben schon 30 jetzt. Komm, mal gucken, wie viele wir schaffen. 36 haben wir. Jetzt gelbe. Schaffen wir mehr als 50. Oh, jetzt können wir alle mitnehmen. Oha. 60 haben wir schon. Jetzt alle Coins mitnehmen. Und jetzt müssen wir kämpfen, Leute. Wir machen ihn wieder fertig. Zack. Ich klicke so schnell wie es geht. Zack, 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 zack. Bumm, 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 bumm. Und zack. Immer noch mehr als die Hälfte leben. Richtig gut. Krass. Und jetzt haben wir wieder durch die Wand hier gekickt. Häftig. Neu, jetzt kriegen wir so einen Glückshut. Aber Leute, richtig krass, Mann. So, wieder upgraden, wie letztes Mal auch. Und jetzt geht es wieder hier weiter. Komm. Diesmal will ich wieder Riese werden. Hä? Da kommen neue Hindernisse. Guckt euch die mal an. Nein, 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 nein. Okay, keiner hat mich getroffen. Die war doch ganz einfach eigentlich. Ich frage mich, wie es bei so einem Spiel bei Level 100 aussehen würde. Kann man das dann überhaupt noch schaffen? Weil am Anfang schaffen wir die Level immer ganz einfach irgendwie. Aber komm. Ich will die Feuerflamme, bitte. Dann kann ich einfach alle aufsammeln. Das war viel besser. Oh, ich bin gerade Lava gedreht. Habt ihr das gesehen? Dann bin ich kleiner geworden aus Versehen. Oh nein, das war richtig dumm. So, man muss ja wirklich aufpassen. So, alle Gems mitnehmen. Und jetzt geht es wieder zum Kampf. König gegen König. Zack, 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 zack. Komm schon, besiege ihn. Nein, nein, nein. Okay. Ich habe diesmal ein bisschen, glaube ich, mehr Leben verloren. Aber nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt eh wieder viel Geld mit. Den haben wir fertig gemacht. Oh, wieder drei Kisten aufmachen. Das finde ich immer richtig cool. Und die hier. Oh, 265. Leute, das riecht viel. Das ist ja richtig gut. So, noch die mittlere habe ich genommen, 220. Ah, das wird jetzt generell alles mehr. Okay. Ah, das war trotzdem richtig gut. Oh, guck mal. Ein Level-Upgrade kostet hier schon 445. Leute, das ist richtig teuer geworden. Und wir sind gerade richtig schnell, merke ich, oder? Oha, wir rollen auf, wir gehen gerade so schnell durch. Egal, komm. Wir werden das easy schaffen, Leute. Bitte, ich brauche die Feuerflamme. Dann können wir wieder alle Skins mitnehmen. Das sind wir am allerbesten. Dann können wir immer richtig groß werden. So, die Wand wieder, kein Problem. Orange, auch kein Problem. Hier die Gems mitnehmen. Zack, alle Gems. Oh, schaffe ich nie. So, jetzt gleich Feuerflamme und jetzt alle Skins mitnehmen. Perfekt. Und die ganzen Gems noch. Okay, jetzt wieder kämpfen. Level 9. Komm schon, die waren nicht fertig. Zack, bumm, bumm. Oh, Level B. Komm her, Mann. Ich mach dich fertig. Den haben wir wieder besiegt. Komm schon. Mal 8. Mal 8,2. Mal 8,4. Oha, noch weiter. Mal 8,8. Oha. Ah, guck mal hier. Ich kann jetzt die Skins kaufen. Ah, ich hätte die gerade eben für Videos umsonst holen können. Aber egal. Jetzt will ich die Polizei holen. Der sieht richtig cool aus. Und jetzt werde ich den Gegner jetzt zum Polizist fertig machen. Wir sind schon bei Level 10, Leute. Mal gucken, was wir jetzt erreichen werden. Ah, da kommt ein neues Hinternis. Oh, hier muss ich jetzt durch die Mitte. Okay, aufpassen. Oha, das hatten wir doch nicht. So ein Run, glaube ich. Lava in der Mitte. Oh, das war eigentlich schwieriger als sonst. Okay, komm her, mein Gegner hier. Ich mach dich fertig als Polizist. Ich mach dich festnehmen. Wenn ich den Musik abmacht. Oh, zack. Den haben wir auch wieder fertig gemacht. Komm, fliegt bitte richtig weit. Bitte noch weiter als 8,8. Nein. Nicht mal machen wir schlechter. Aber Leute, dieses Spiel ist ja richtig cool. Wenn euch das hier gefeiert, Leute. Lasst, 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 lasst.